Und sich bei einem Telefon telefonieren. So. Und wie eine Frau schreit. Das höre ich ja nicht. Äh, David gefangt, glaube ich. Boah, mach die mal nicht so fett, Arschloch. Mein Gott, war ein bisschen mehr Respekt vor mir. Ich bin jetzt Siege. Da ist er ja. Mach's dir gemütlich, komm gleich wieder. Ich weiß gar nicht wie viele, das waren drei oder fünf eins, glaube ich. Ja, so ein bisschen kenn ich das Spiel. Ja. Ist halt schon ein bisschen berühmter, ne? Äh, total. Ist es wirklich? Die schreien alle wie Mädchen. Das haben wir gekriegt. Oh, ins Ohr gelegt. Okay. Lickmole. Oh, ich sehe gerade meine Aufgabe. Das werde ich auch mal versuchen. Komm her. Oh, du musst nicht so weit gehen. So, meine Aufgabe ist es, das zu machen. Jetzt musst du fliegen. Für fünf, für sechs Sekunden, ja. Das wird aber, das wird aber noch. Oh, zu weit. Da lang. Gib mir deinen Fokus. Blick, Mary. Äh, ups. Da lang. Bin in den Wald mit dir. Wie viel habe ich denn dann? Drei. Also mit ihr jetzt drei. Okay, gucken wir mal. Na? Oh, shit. Seht was? Nö. Da steht doch überall fünf an dem Kopf. Hehehe. Hey. Dude. Gut. Für mich nicht die hin zu holen. Das willst du nicht. Die in die Ziege. Wo, 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 wo bin ich? Nicht, dass ich mich gleich wieder verlaufe. Und den nächsten, Freund. Ja, links von uns ist eine Uhr. Hast du gut bemerkt. Oh. Tada. Das waren viele, ne? Ja. Einer fehlt noch. So viel dazu. Telefon. Yay. Du brauchst nicht auf die Nummer zu gucken. Ich denke mal, die kennst du alle nicht. Nö. Die kenn ich ja nicht mal nicht. Hehehe. Wie heißt der? G-S-T-F-S. Hehehe. Hübscher Name. Was auch immer du bist, du musst drauf verwenden. Wahrscheinlich kriege ich dafür jetzt gleich jemanden die Strafwahl, weil ich dich opfere. So. Um Gottes Willen. Drum. Miiiip. So muss die Zige aussehen. So sieht ne Ziege aus, shalalalala Fuck remedy bitches Okay Komm ich auch mal wieder runter, ich will das irgendwie ausmachen, das sieht tief aus Ich bin gelandet WTF, wie schnell die Ziege ist Ja, calm down Ziege, stell dich hin So Wo lauf ich eigentlich hinterher Weil du ihn auch so nicht kriegst Ab ihn, ab ihn Ich hänge an ihn Wie ne Klette Ich hab ihn Leute, ihr könnt ihn euch holen Er kann sie nicht wehren, ich hab ihn Krallt ihn euch Kollegah, wo seid ihr, wie lange braucht ihr noch So langsam tut's weh Wohohoho Wohoho Ähm Guuuut Du hast dein Jetpack geräuscht doch ne? Ja Ja F für Slowmo Ja man Oh Hallöchen Gibt's auch noch nen Erfolg, glaub ich Wenn man Okay Okay man ist Uh Danke Geh mich aus dem Weg Geh mich aus dem Weg, du Schlampe Geh mich aus dem Weg, du Schlampe Oh ja Oh ja Oh ja Das freut dich jetzt ne? So gehört sich's Endlich mal jemand, der sich vor dir verneigt Brennt Brennt Goats for the goats Es regnet. Ich kann Siegel regnen lassen. Peach ist Siegel. Ganz wundervoll. Was spannst du so, du Schwuchtel. Arsch auf. Willst du mal spielen? Ich kann es ja suchen. Was muss ich machen? W, S, D zum Laufen. Da hatte ich gerade einen Menschen gesprungen. Linke Maustaste zum Schlagen. E zum Lecken, damit du Sachen aufnehmen kannst und sowas. F für Zeitlupe. E zum Beschwimmen von Ziegen. Echt? Die fliegen dann von oben einfach runter. Leiter hast du es zum Springen, wenn du springen möchtest. Und wenn du in der Luft bist und rechte Maustaste zum Beispiel gedrückt hältst und dann noch die Maus bewegst, dann drehst du dich oder so in der Luft. Gedrückt halten und dann die Maus bewegen. Die rechte Maustaste. Im Flug. Ja. Ach, wurscht. Multitasking und Spawn natürlich wieder. Natürlich. Ja, was erwartest du von so einem Auto, wenn da eine Ziege gegenhaut? Mein Hallo? Ich will die Mülltonne töten. Ich will die Mülltonne töten. Autsch. Geht weiter. Schiff zum Rennen hier. Ah, das ist auch eine Ziege gegenhaut. Hehehe. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon überhaupt gibt. Das war eine gute Frage, finde ich. Da hüpft sie ganz feuchtfröhlich. Ja, weil ich Schiff drücke. Ach, Trittleitern kannst du nicht hoch. Blödes Ding. Wutsch. Ich red einfach mal blöd in die Wildnis. Ja. So ein Figur gehört doch in die Wildnis oder an eine unsichtbare Wand. Darum suchst du auch voll am Arsch rein. Oh ja. So. Jetzt muss sie nur noch Kaka machen. Das ist ein Kotoges Fetisch. Gar nicht wahr. Sie wird auch erst geil, wenn so eine Ziege Kaka macht. Natürlich. Jetzt spring bitte nicht außerhalb der Map. Sieh mich schon außerhalb der Map. Oh. Das ist relativ schwer wieder reinzukommen. Echt? Vor allem könnten wir dann unsere Ziegenbeschwörn verlieren. Oh. Ich hänge irgendwie fest. Ja, sehe ich auch so. Trotzdem lasse ich einfach mal Dinger regnen. Ja, das ist so. Ich will einfach mal weiter spielen. Wenn du hier wieder rauskommst. Warte, ich schaff das, ich schaff das. Nein, mach du. Hast du grad gestöhnt? Ja. Was solltest du kennen? Ich sehe nichts. Ach, was hast du denn? Ich habe gar nichts gemacht. Da hab ich auch so. Scheiße. Ah, wir haben unsere Fähigkeit aber noch. Gesundheit. Danke. Da regnet es. So, gucken wir doch mal, was es da hinten noch so weiter gibt. Weil hier haben wir ja auch gehört, als wir dann gebackt haben. Yeah, man. Ich bringe die Ziegenplage. Ach, erwischt. Ich bin leicht am Leggen. Jetzt war das echt fast nur. Hm? Ich will doch nen Bacon. Hm. Was? Was zur Hölle? Okay, Bitch. Komm her, Schlampe. Bis draußen. Nächster Gegner. Eine weiße Ziege. Komm, steh auf. Uff, uff, was? You lose, Bitch. Okay. Du willst es nicht anders. Ich hole meine Armee, du Schlampe. Ja. Komm. Beweg dich. Weg. Ich krieg sie nicht geboxt. Dann leck sie doch an. Huh. Round 4. Ja, unterhalb des Ringes ist... Was zur Hölle? Wunderhübsch. Voll die Muskel-Protz-Siegel. Ja. Auch unterhalb. Gewonnen. You are such a badass. Badass. Alcander Goats. Vergeschaltet. Euer feiert mich. Euren Ziegenlord. Der Ziegenregen. Seht ihr? Und? Guck mal, jetzt bin ich da Muskelbrot. Ja. Ja, ja, ja. Wutsch. Oh. Boing! Da fliegt er. Hey, Dude. Also, ich hab da so ein Problem mit dir. Weißt du? Was zur Hölle? Fläsch. I beat a bitch with another bitch. Hui. Ich glaub, ich bin außerhalb der Map wieder. Hui. Tutsch. Au. Beine. Nicht gut. Äh. Oh, guck mal, er heult. Oh, was ne Pussy. Wie sie mich anguckt, von wegen weh, du sagst was. Du hast grad so gezuckt, so von wegen weh, du sagst was. Ich hab auf die Uhr geschielt. Ja, ja, ja. Ui. Oh, ich glaub ich bin hinterm Tauch, oder? Oder? Nein. Ich will da wieder rein. Ich bin ne Ziege. Das hier ist kein Ziegenleben. In der freien Wildbahn. Lasst mich wieder in die Zivilie... Ah. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Äh, Unruhe stiften. Gucken wir doch mal hier. Äh, nein. Da, würd ich aneinander auf dennes WPF, hier ist ein Lezięk Revelation. wenn wir sie mal Campuche ally vorbei lassen dürfen. 而 es kommt vonatamente. ist gleich bald.